Kaum Platz, keine Ruhe oder zu wenig Material. Wer in den eigenen vier Wänden malen will, findet dort oft nicht die richtige Umgebung. Deswegen stellt Elke Diefenbach ihr Atelier Artifacts in Kaihauser Feld seit drei Jahren künstlerischen Anfängern zur Verfügung. Einmal in der Woche treffen sich dort etwa 15 bis 20 Frauen und Männer in verschiedenen Kursen zum Malen und Experimentieren. Die Ergebnisse werden am kommenden Wochenende im Artifacts ausgestellt. Die zumeist farbenfrohen Werke sind überwiegend großformatig und in Acryl- und Mischtechniken gefertigt.